Hallo meine lieben Freunde und ganz herzlich willkommen zurück zu Let's Play Flatout 2 zum Finalpart. Ob ich einen Bonuspart mache, weiß ich noch nicht. Aber auf jeden Fall kommt jetzt erstmal das Grand Finale. Und das machen wir natürlich mit dem Splitzer A. Das beginnt natürlich erstmal mit dem Gas Station Derby. Moment mal, was denke ich mich hier gerade? Ich habe genug Geld, da kann ich auch einfach mir nochmal den Blaster XL kaufen und den upgraden. Bis zum nächsten Mal. Also dann. Nochmal, beginnt wieder mit dem Gas Station Derby. Mist. Ja. 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 Hermann gewonnen! Werde ich mich nicht hören, ist das nächste... ...der Try-Loop-Special. Okay, du gehst das für die Crash-Eli. Na ja. Ja, du gehst das für dieoles, die du psychisch dich weh... ...d stampf, dass du denалисьst. Hey, do you love me, I'm a devil machine! Hey, do you have to end your projects, ...dreams in my�es Philosophy? Untertitelung des ZDF, 2020 Na, werde ich Sally nochmal einholen Gerade so erster geworden Das war zwar nur gerade so, aber dennoch unweigerlich erster So, was ist die nächste Strecke? Der Speedway Left Ganz klarer Fall, da muss ich mit dem Sun Ravern Und dann... Der Speedway Der Speedway Der Speedway Der Speedway Nein Nein Der Speedway 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 Und dann so ja mit diesem Fahrplatz hier oben bin ich zufrieden was ist die nächste Strecke der Parking Lot Derby ganz klar Blaster Excel auf ein Sonntag in der Black of Gold Und we're nothing short of invincible 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 It starts again, can you feel it? It takes your breath away Start to think that we're invincible It's rounded around your eyes But it's unrewarded And I'm missing from again Missing from again I know, wanna be, wanna be somebody Right now, we're just making funny It should be Und Ray is Schrott Sally is Schrott This is the way I would have done things Up against the wall Up against the wall Hurry up, I'll get you It's you and me On a Monday The lies that we've told This is where we both go Now You broke my heart again this time You're singing now You crossed the line You crossed the line You crossed the line We all wanna be Wanna be somebody Right now We're just looking for the exit This is the way I would have done things 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 Es ist nicht hier, nicht hier, nicht hier Es ist nicht hier, nicht hier, nicht hier Es ist nicht hier, nicht hier, nicht hier Na gut Ich bin immer noch auf Platz 1 So, was ist die nächste Strecke? Der Speedway & Ride Das ist nicht hier, nicht hier Das ist nicht hier, nicht hier, nicht hier Das habe ich irgendwie vergeigt Das ist nicht hier, nicht hier, nicht hier, nicht hier Das ist nicht hier, nicht hier, nicht hier Mm-hmm, mm-hmm. Der Speedbowl und der Vollständigkeit halber werde ich den Speedbowl jetzt mal mit dem Splitter versuchen, dann habe ich alle meine Wagen durch. Sechs Runden auf dem Speedbowl. Der Speedbowl und der Vollständigkeit halber werde ich den Speedbowl. Der Speedbowl und der Vollständigkeit halber werde ich den Speedbowl. Der Speedbowl und der Vollständigkeit halber werde ich den Speedbowl. Ich habe so oder so gewonnen. Und damit ist das große Finale abgeschlossen. Why don't you ask me what it feels like to be a fleek? Und damit haben wir die Storyline abgeschlossen. Und sämtliche Cups sind zu Ende, sämtliche Events, zu denen ich fähig bin, sind abgeschlossen. Jetzt fehlt eigentlich nur noch eine Bonusfolge, in der ich die ganzen zusätzlichen Wagen vorstelle. Also die, die es nicht im Storymodus gibt. Ob ich das mache, bleibt abzuwarten. Aber das war es von dem Let's Play zu Flatout 2. Eins der Spiele meiner Kindheit mal wieder. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, es zu Let's Playen. Ich mache jetzt einen Cut. Es war mir wie immer eine Freude, euch als meine Zuschauer zu haben. Liked das Video, falls ihr es noch nicht getan habt. Abonniert mich, falls ihr es noch nicht getan habt. Schreibt Kommentare, falls ihr es noch nicht getan habt. Falls ihr mich schon abonniert habt oder nicht auf das Log-Symbol neben dem Abonnieren-Button geklickt habt. Macht es damit ihr in Zukunft keines meiner Videos mehr verpasst. Das war es heute von Big Pauli. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.